Hallo, ich bin Dani und habe eine viereinhalb Monate alte Tochter. Der Snoozer Hero ist jetzt seit drei Wochen bei uns im Einsatz und lässt uns beruhigter schlafen, weil wir die kleine Maus mit drei Monaten ins eigene Bettchen legen wollten, weil sowohl wir als auch sie dann ruhiger schläft. Und zwar ist der Snoozer ein Gerät, um den Schlaf des Babys zu überwachen. Der bietet da wirklich eine tolle Alternative zu anderen Geräten. Mir ist wichtig gewesen, dass das Produkt ein medizinisches Zertifikat hat und geprüft ist. Die Handhabung ist total simpel. Man schaltet ihn einfach an dem einen Knopf an, lässt dann quasi einmal die Warnsignale durchgehen. Er vibriert dann auch einmal, damit man jedes Mal auch sieht, dass er vibrieren kann. Und dann gegebenenfalls das Kind weckt, wenn es halt eben zu tief schläft. Ja, er ist total einfach an der Windel zu befestigen mit so einem Clip, der dran ist. Meine Tochter hat das Gerät überhaupt nicht gestört beim Schlafen. Ich finde den Snoozer Hero gerade für unterwegs super, weil er eben sehr klein und handlich ist. Und ja, gerade wenn man unterwegs sein möchte oder in Urlaub fährt, ich fahre ganz oft zu meinen Eltern mit meinen beiden Mäusen. Und da ist das natürlich optimal.